Hallo liebe German-Market-Freunde, ich bin Lars vom Marketplace Team und zeige euch in diesem Video, wie ihr das Rechnungs-PDF-Add-On aktivieren könnt und in groben Zügen, wie ihr damit umgehen könnt. Dazu gehen wir erst in den German-Market-Tab und bei den Add-Ons findet ihr hier das Rechnungs-PDF-Add-On. Ihr klickt auf den Schalter, um es zu aktivieren und dann seht ihr hier links im Menü Rechnungs-PDF. Hier gibt es einige Untertabs, die meisten sind dazu da, um den Style und das Layout der PDF zu gestalten. Nehmen wir beispielsweise mal die Fußzeile. Dort könnt ihr angeben die Spaltenanzahl, wie viele Spalten ihr also in der Fußzeile verwenden wollt, wie groß jede Spalte sein soll, welche Schriftgröße und Farbe dort verwendet werden kann. Damit ihr immer sehen könnt, wie ihr gerade gelayoutet und gestylt habt, gibt es hier diesen grauen Button Download Testrechnung. Dort könnt ihr raufklicken und dann downloadet sich in eurem Browser eine Testrechnung. Die könnt ihr dann öffnen und euch das Ganze anschauen. Wichtig ist dieser Tab E-Mails. Dort könnt ihr einstellen, in welchen E-Mails der Kunde die Rechnungs-PDF angehangen bekommen soll. Ich empfehle dann immer die E-Mail-Bestellung abgeschlossen. Das ist die E-Mail, die der Kunde erhält, wenn seine Bestellung als fertiggestellt markiert wurde. Hier unten seht ihr noch die Einstellung für die Storno-PDFs. Die solltet ihr auch aktiviert haben, damit, wenn ihr eine Rückerstattung tätigt, dort auch die Storno-PDF enthalten ist. Jetzt gibt es hier noch den Tab Mein-Konto-Seite. Dort habt ihr die Möglichkeit, dem Kunden, wenn er sich im Frontend einloggt, dass er auf seine Mein-Konto-Seite geht und bei jeder Bestellung einen Button hat, damit er seine Rechnung downloaden kann. Hier könnt ihr euch noch entscheiden, wann der Kunde diese Möglichkeit haben soll. Zum Beispiel, wenn ich hier jetzt klicke, dann wird bei jeder Bestellung, die den Status fertiggestellt hat, der Button erscheinen, mit dem er seine PDF downloaden kann. Da könnt ihr euch hier noch entscheiden, was auf dem Button draufstehen soll. Download-Rechnung zum Beispiel. So, in der Bestellübersicht findet ihr jetzt hier immer einen Button. Download-Rechnung. Da könnt ihr euch auch die Rechnung downloaden. Und daneben seht ihr jetzt so ein X. Was bedeutet das X? Wenn die Bestellung bereits fertiggestellt ist, ist der Inhalt der PDF fix und gespeichert. Das heißt, wenn ihr jetzt hier die Daten in der Bestellung zum Beispiel mal ändert, ich nenne meinen Vornamen jetzt mal Test. Bestellung speichern. Es könnte ja sein, der Kunde hat sich in seinem Namen verschrieben und ihr wollt die Rechnung erneut versenden. Dann klickt ihr jetzt auf Rechnung runterladen. Und ihr seht, es ist nichts passiert. Das ist aus buchhaltungstechnischen Gründen so, damit nicht einfach die Rechnung manipuliert geändert werden kann. Jetzt könnt ihr aber hier, damit ihr es doch könnt, nochmal auf das X klicken. Und dann wird der Inhalt der gespeicherten PDF sozusagen gelöscht. Wenn ihr jetzt wieder auf den Download-Button klickt, wird der Inhalt neu generiert. Und dann seht ihr, ist diese Änderung auch vorhanden. Das war es dann auch schon, was ich euch zu diesem Add-on zeigen wollte. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.